Hallo und Willkommen zu Let's Play Tomb Raider The Angel of Darkness Es geht weiter in Biologie, sage ich jetzt einfach mal, Meeres Biologie Ich würde sagen wir gehen wieder zurück, weil ich nicht weiß wohin hier Hab mich offline hier mal umgeschaut, wo ich eigentlich filmen wollte, aber kam nicht zu Aber was soll's Es gibt hier Treppen und Schalter, die wir nicht betätigt haben Anscheinend Mysteriös Öffnen Äh Ich glaube das ist ja egal, das ist gut Und hopp Hätte ich ja gleich reinspringen können Hallo Okay Es scheint gefressen zu haben Deswegen greift es mich nicht mehr an Ja, es greift mich nicht mehr an Würde ich sagen Hier hätten wir einen Schalter Den legen wir jetzt um, hoffe ich Weil der Strom ja jetzt an ist Von dem Sinne Juhu Meine Änderung ist nämlich zurückgekommen Und ich hab immer noch vergessen, dass ich den Strom an hatte Von dem Sinne Egal Wo ist hier die Decke? Äh Oberfläche des Wassers Naja Naja Die Videos werden Dienstag hochgeladen wahrscheinlich Oder heute Abend Und Wir haben Montag Den Um Äh 10 nach 7 Naja Und wir gehen Was ist denn okay? Ah Anzug Nein, wir schauen nicht zu Danke Dass du den Schalter für uns drückst Was ist Egal Ich muss den Schalter einfach nur umlegen Das ist Nicht so problematisch Nun können wir auch wieder Haben wir das Rätsel Wer löst Wahrscheinlich 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 Haben die ganzen Umwege Umsonst gemacht Ich glaub zumindest Dass wir das denn gelöst haben Bzw. ich hoffe es Denn ich mag dieses Rätsel ehrlich nicht Warum weiß ich auch nicht Es liegt einfach nur schlecht in Erinnerung Wo ich eigentlich sehr oft Tumgeler spiele Egal welches Naja 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 Das nächste Rätsel ist viel schlimmer Was jetzt kommt Haltet euch fest Naja 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 Egal Naja Wir sollten in 2 Dach Da kommen wahrscheinlich Stach Naja Naja Ich glaube wir müssen quer rüber Hoffe ich jetzt mal Ähm Luftblase Luftblase Hier können wir auch speichern weil ich nicht weiß wohin ich hoffe das ist jetzt einfach mal richtig und es ist richtig Tatsache ich hasse eine Wasserritze ich hasse sie wirklich hier ist eine Luftblase, das weiß ich noch und irgendwas zum aufsammeln schade, hier ist doch nix oh doch und noch was ah das wichtigste was wir brauchen Atemgerät ich hoffe das bringt es ich hoffe es bringt irgendwas Treten ich weiß, unecht aber egal ich weiß gar nicht wie wann wir angefangen haben das ist jetzt auch nicht wichtig weil das einfach nur eine Luftblase ist ich täusche mich wenn ich mich nicht täusche kann man das machen? ja ich sage auf Wiedersehen bis gleich euer Jons Einfassungsspiel-Tipps und willkommen zurück ich lese es hier durch ich muss die Stadt anordnen danke das war es auch wichtige eigentlich müsste sie irgendwie wasley 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 so hieß auch dieser das klingt verrückt aber könnte ja möglich sein ja hoff es blinken ist ein worden mal gucken und nein gullum nein demox demox ne ne vielleicht buina bekommt arcade kuht und wir lesen einfach die Steintafel weiter lese nochmal können sie eigentlich nochmal lesen die cereine brühe ok das heißt eigentlich nur gegenüber Ich hoffe jetzt, dass es kein Sauerstoff ist. Das war aber nix mit X. Die Feindenbrüder, wie heißen die? LV Jetzt kommt die Luft dran. LV, LV, LV. Dinox, Dmox. Oh nein. Genau. LV, naja, Dmox und, jawohl. Wartet mal, das ist doch... Ist denn noch jemand mit V? Ne, der hat nur Glück. Anscheinend. Worsley. Aber ich wusste, dass es Worsley war. So viel ist noch übrig geblieben. Tatsache. Eigentlich habe ich es mal mit Zufall gelöst. Wo sonst, naja. Bevor wir da hochgehen, schnappen wir erstmal Luft. Weil die Luft immer noch weiter geht. Das ist nicht gerade gut. Das ist nicht gerade gut. Geht die Luft vielleicht weiter? Tatsache. Ähm... Schnell. Ja, aber ganz ruhig. Das schaffen wir. Seht ihr? Nein, das war Jones. Also nur Spieltipps mit den Nachrichten. Ich wünsche euch mit kurzes Trend viel Spaß. Adios. Ich wünsche euch. Ich wünsche euch.